Hallo liebe Skorpione, herzlich willkommen zu eurem allgemeinen Reading über die Mitte März 2022. Ich hoffe es geht euch gut, hoffe ihr erfreut euch beste Gesundheit. Die Infobox spreche ich immer wieder an, findet ihr unterhalb von diesem Video. In ihr findet ihr beispielsweise die Karten, die ich in meinen Readings verwende. Ihr findet dort Social Media Links von mir, Informations- und Special Videos. Euer Jahresreading könnt ihr dort ansehen und natürlich findet ihr dort auch das weiterführende Reading über diese Legung hier, welches ihr im Resonanz- und im Interessensfall natürlich gerne wahrnehmen könnt. Muss man nicht. Wir starten gleich mit eurem Reading. Es kann sein, dass es etwas hallt tatsächlich. Das liegt daran, dass draußen ein ziemlicher Sturm wütet und ich habe sämtliche Fenster und Türen geschlossen. Deswegen kann es etwas hallen. Ich hoffe, dass es das Reading nicht weiter beeinträchtigt und ihr mich trotzdem gut verstehen könnt. Liebes Schicksal, bitte gebt mir Einsicht in die Mitte März 2022 meiner Skorpione. Das Pferd. Freiheit und Beweglichkeit. Okay. Das Pferd ist euer Krafttier für diese Zeitspanne, liebe Skorpione, und die Freiheit und die Beweglichkeit ist eure Hauptenergie. Dein innerer Lehrer kündigt sich an. Bewege dich, öffne dich für die Freiheit auf allen Ebenen. Es geht hier sehr um Freiheit, möglicherweise auch um die Befreiung von etwas Speziellem, wo man sich eventuell unterdrückt fühlen könnte, wo man sich fühlt, als wären einem die Hände gebunden oder wo man nicht weiterkommt in einem ganz bestimmten Bereich in seinem Leben. Das könnte ich mir hier gut vorstellen. Soll hier die Freiheit erlangt werden, sozusagen. Das kann natürlich mit vielerlei noch in Verbindung stehen. Auch die Beweglichkeit und hier bewege dich, öffne dich der Freiheit. Es kann hier auch sehr, sehr gut sein, dass viele von euch stagnieren in einer ganz bestimmten Situation, dort nicht vorankommen, dass man sich quasi aber auch wie angebunden fühlt. Vielleicht unterdrückt, wie schon gesagt, beziehungsweise, dass man hier einige Möglichkeiten nicht sehen kann, die einem zur Verfügung stehen, um eben weiterzukommen, einen Fortschritt zu erzielen, beziehungsweise zu progressieren. Das kann ich mir hier gut vorstellen. Ich bin gespannt, was mir die Karten gleich verraten können. Jedenfalls ist das Pferd euer Kraft hier für diese Zeitspanne und die Beweglichkeit, beziehungsweise die Freiheit, ist eure Hauptenergie. Der nachher würde zum Beispiel auch schon von Freiheit sprechen, so wie einige andere Karten. Dann werden wir sehen. Liebes Schicksal, bitte gib mir weitere Einsicht in die Mitte März 2022 meiner Skorpione. Der Skorpion, wollte ich jetzt gerade sagen, das ist der Tod. Sie ist hier die erste Karte und tatsächlich ist der Tod eure klassische Tarotkarte, liebe Skorpione. Er deutet auf Veränderungen hin, auf Transformationen, die einem eventuell bevorstehen. Eventuell erlebt man diese aber auch selbst in sich, beziehungsweise an sich. Es kann gut sein, dass man sich selbst verändert. Das kann gewollt sein, das kann auch ungewollt sein. Mit der Bewege dich, mit diesem Ausdruck hier, beziehungsweise der Beweglichkeit und der Transformation. Ich kann mir gut vorstellen, dass eventuell, im Speziellen einige von euch etwas mehr vielleicht auf die Bewegung achten, vielleicht auf die Gesundheit achten, vielleicht ein bisschen mehr spazieren gehen, vielleicht ein bisschen mehr auch trainieren, möglicherweise auch Gymnastik machen oder Yoga oder was man auch immer machen möchte im Prinzip, dass es einem der eigenen Gesundheit zugute kommt. Das kann ich mir hier im Speziellen gut vorstellen. Weiterhin kann ich mir aber auch hier denken, dass viele von euch eine Veränderung hervorrufen wollen. Entweder an einem bestimmten Thema, einer bestimmten Situation, die man verändern möchte oder man möchte sich selbst verändern. Das kann hier noch auf beides, dadurch eben, dass der Tod auch eure klassische Tarotkarte ist, hinauslaufen. Wie geht es weiter? Die Sieben der Kelche. Bei den Sieben der Kelchen spricht man oftmals von einer Kopf-gegen-Herzenergie. Es kann hier auch eine Verwirrung, eine Konfusion dargestellt sein. So etwas wie Unsicherheiten kann man hier drin erkennen, beziehungsweise spricht man auch teilweise von der Qual der Wahl. Da stehen einem mehrere Optionen zur Verfügung in diesen sieben Kelchen quasi dargestellt und man hat sich hier für einen bestimmten Weg oder für eine bestimmte Möglichkeit eben zu entscheiden. Diese Entscheidung, die fällt einem tatsächlich sehr schwer, denn in vielen Fällen ist es in dieser Energie so, dass man am liebsten alles haben möchte oder alles eben ausprobieren möchte, jeden Kelch haben will. Das geht in den meisten aller Fällen aber nicht in einer solchen Situation. Das ist natürlich situationsbedingt sehr different anzusehen. Es gibt definitiv mehrere Varianten, wie man eine wahrscheinlich gewollte und vielleicht auch erhoffte Veränderung in einer bestimmten Dynamik hervorrufen möchte. Wie geht es weiter? Das ist die Welt. Die Welt in der Mitte des Readings steht ganz häufig für das Abschließen eines Zykluses und den erwünschten Beginn eines neuen Kapitels. Man möchte hier mit etwas Altem abschließen oder dies ablegen und ein neuer Alltag, eine neue Routine beziehungsweise eine neue Situation soll hier geschaffen werden. Mit der Welt hier auch in gewissem Sinne ist die Unfreiheit dargestellt und das Pferd, euer Krafttier und eure Hauptenergie, die Freiheit sprechen schon davon, dass man sich in einem gewissen Sinne befreien möchte. Die Welt, wie gesagt, Eingeschränktheit sagt man, beziehungsweise die Gefangenschaft kann man in manchen Situationen tatsächlich sagen. Wie geht es hier weiter? Die Neun der Kelche. Die Neun der Kelche ist eine sehr konträre Energie zu der Spiegelungskarte, den Sieben der Kelchen. Bei den Neun der Kelchen weiß man sehr, sehr gut, was einem gut tut, was einem erfüllt beziehungsweise zufriedenstellen kann. Und in der Spiegelungsenergie bei den Sieben der Kelchen weiß man das eben nicht oder noch nicht. Möglicherweise, ich gebe euch gerne natürlich ein Beispiel, aber behandelt es bitte als Beispiel. Viele von euch haben hier möglicherweise auch ganz bestimmte Hobbys ausprobiert. Hobbys sind meiner persönlichen Ansicht nach sehr, sehr wichtig und können natürlich sehr different sein. Einige von euch haben hier möglicherweise begonnen, Serien anzuschauen oder Filme anzuschauen. Andere von euch haben hier mehr das Spazierengehen für sich entdeckt. Andere von euch das Kochen. Andere von euch das Stricken. Andere von euch das Fußballspielen etc. Aber von diesen Tätigkeiten, von diesen Hobbys oder eben Machenschaften, die einen sozusagen in der Freizeit zufriedenstellen sollen, da waren nicht wirklich alle tatsächlich zufriedenstellend für euch. Da gibt es bestimmte Aspekte, die euch nicht daran gefallen haben. Allerdings gab es hier ein ganz bestimmtes Vorgehen, welches euch tatsächlich sehr gefallen hat. Und ich kann mir hier gut vorstellen, dass man mit dieser Welt in der Mitte tatsächlich sich auf dieses eine Thema, was einem tatsächlich gefallen hat, was einen erfüllt hat, auch beschränken und beziehen möchte. Das kann ich mir hier in der Spiegelung sehr gut vorstellen. Aber das ist natürlich nur ein Beispiel. Es gibt hier natürlich auch eine Art Ausschlussverfahren von diversen Kelchen. Diese Kelche können natürlich auch mit bestimmten Personen im Zusammenhang stehen. Dass man hier sich eventuell aussuchen wollte, mit welchen Menschen man verkehren möchte und mit welchen Menschen man nicht verkehren möchte. Das kann hier genauso als Beispiel natürlich angeführt werden. Wie geht es weiter? Die Vierderkerche. Wir haben hier doch recht viel Kelchenergie bislang. Drei von fünf Karten sind Kelchkarten und bei den Vierderkerchen spricht man häufig von einer Art Ablehnungsthema. Es kann hier aber auch der Eigensinn dargestellt werden, beziehungsweise so ein bisschen der Egoismus. Aber nicht der Egoismus im negativen Sinne, sondern eher darauf bedingt, was einem selbst gut tut, beziehungsweise was für einen selbst am wichtigsten oder am besten ist oder was einen zufrieden stellt, kurz gesagt. Das ist auch hier nämlich der Trigger. Hier geht es um die Bedürfnisse, um die Erfüllung der eigenen Bedürfnisse. Und mit den Vierderkerchen weiß man nach einem gewissen Auswahlverfahren oder Ausschlussverfahren tatsächlich, was einem gut tut und was einem eher nicht gut getan hat. Und hier möchte man sozusagen etwas ablegen, was man ausprobiert hat und sich auf das, was einem tatsächlich erfüllte oder was einem am besten gefallen hat. Darauf möchte man sich sozusagen fokussieren. Darauf möchte man sich beschränken, kann man auch sagen. Ich gebe euch gerne nochmal ein Beispiel, weil es ist hier doch recht speziell dargestellt. Man hat hier nicht nur vielleicht mit Hobbys zu tun gehabt, möglicherweise wirklich mit Menschen zu tun gehabt. Und das sind, sagen wir mal hier, Arbeitskollegen. Diese sieben der Kerche sind diverse Arbeitskollegen. Ihr seid in einem Umfeld mit mehreren Mitarbeitern und habt hier mal so ein bisschen mit dem einen da geredet von Empfang. Mit dem Menschen in der Buchhaltung habt ihr geredet, dann habt ihr mit jemandem in der Logistik geredet, dann jemandem im Vertrieb etc. Man hat hier eventuell mehrere Menschen kennengelernt und mit wahrscheinlich einem dieser Menschen möchte man gerne diesen Kontakt eventuell etwas intensiver gestalten. Das kann ich mich hier gut vorstellen als dieses beispielshafte Ausschlussverfahren. Und mit dem vier der Kerchen hier hinten ist sehr, sehr deutlich zu sehen, dass man hofft, dass man das, was einem hier am besten gefallen hat, was einen erfüllt hat, beziehungsweise was einen am besten getan hat oder zugesagt hat, dass man hier auch weiterhin damit sozusagen umgehen darf. Das kann ich mir hier gut vorstellen. Weiterhin mit dem Tod hier in der Spiegelung auf die vier der Kerche kann ich mir ebenso denken, dass einige von euch diese Veränderungen herbeisehnen, diese Veränderungen erhoffen, denn es ist vielleicht nicht für alle von euch sozusagen gestattet oder durchführbar, dass man sich auf diesen einen Kelch tatsächlich konzentrieren kann. Ich hoffe, ihr kommt mit und ich kann euch das adäquat erklären. Es ist tatsächlich sehr detailliert, aber auch sehr spezifisch dargestellt. Die drei der Münzen ist hier im Outcome. Das ist eine Karte, die beispielsweise auch auf den arbeitstechnischen Bereich hindeuten könnte, aber auch Hobbys könnten darin erkannt werden. Die drei der Münzen spricht hauptsächlich von der Zukunftsplanung. Es geht hier darum zu entscheiden, wie es zukünftig weitergehen soll, mit wem und ohne wem es zukünftig für euch weitergehen soll. Man spricht aber bei den drei der Münzen auch von einer Team-Up- oder Partner-Up-Karte. Deswegen kann ich mir auch eine gemeinsame Zukunft oder ein gemeinsames weiteres Vorgehen durch euch sozusagen, ja, vielleicht verlangt, vielleicht auch nur erhofft vorstellen. Eine Klärung zum Tod. Der Eremit spricht in einem gewissen Sinne von der Einsamkeit. Die Einsamkeit kann hier gut dargestellt werden, vor allem auf den Tod und konjungierend auf die Sieben der Kirche kann ich mir das hier gut denken. Der Eremit ist auch jemand, der in sich her betreibt oder betrieben hat. Jemand sucht hier in seinem Inneren hauptsächlich danach, wonach einem der Sinn steht, was einem erfüllt, was einem am besten tut, beziehungsweise nach dem, was man haben möchte. Kennt ihr diese Floskel, du weißt nicht, was du willst? Und dieses du weißt nicht, was du willst, kann natürlich auch in vielen Bereichen Anwendung finden. Allerdings meine ich, dass viele von euch, liebe Skorpione, in der Vergangenheit eventuell nicht wussten, was genau sie wollen. Es stand hier mehreres zur Auswahl. Allerdings, wie schon vorhin hier erklärt, kann man nicht alles auf einmal oder nicht alles gleichzeitig haben. Und mit dem Eremit auf den Tod hier meine ich, dass viele von euch hier in einer gewissen Zeitspanne eher für sich selbst überlegt haben, eher für sich selbst versucht haben, herauszufinden, was dieses eine Ziel von euch ist. Und haben hier auch eventuell schon einiges ausprobieren können, diesbezüglich. Eine Klärung zu den sieben der Kelche. Sind das wieder die vier der Kelche? Interessant. Es geht hier um, ja, tatsächlich, es geht hier darum, dass man eine Auswahl von mehreren hat und man möchte nun sich für einen einzigen Kelch entscheiden. Allerdings ist dieser eine einzige Kelch hier und hier dargestellt als etwas, wo man nicht genau weiß, ob man dies bekommen kann. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, liebe Skorpione. Ich gebe euch gerne nochmals hier ein Beispiel, weil es ist schwer zu erklären, beziehungsweise ist das sehr spezifisch. Und ich nehme jetzt hier ein anderes Beispiel. Mit den vier der Kelchen auf die sieben der Kelche hat man hier möglicherweise mehrere Verehrer, mehrere Interessenten, mehrere Menschen im direkten Umfeld, vielleicht auch über das Internet kennengelernt, an denen man Interesse hat und die scheinbar auch an euch Interesse haben, liebe Skorpione. Aber mit dem Tod auf die vier der Kelche hier konjungierend, Eremit triggert und vier Kelche auf sieben der Kelche, möchte man oder hat man sich für einen bereits entschieden. Allerdings ist es fraglich, ob das, was man mit diesem einem Kelch, in Klammern Lover oder wie auch immer, erreichen möchte, fraglich, ob das möglich ist. Ich hoffe, ihr kommt mit, liebe Skorpione. Eine Klärungsung zur Welt. Das Ast der Münzen. Und das sind Chancen, auf die man quasi wartet. Es ist hier deutlich dargestellt, auch diese Chancen, wie ich sie auch gerade schon erklärt habe, hier in diesem Kelch, hier in diesem Kelch und hier, das ist die ganz klassische Chance. Auf diese Chance wartet man, auf diese Chance hofft man, beziehungsweise kann man sich in bestimmten Situationen auch Chancen erarbeiten. Und ich kann mir gut vorstellen, dass viele von euch sich diese Chancen erarbeiten möchten. Und zwar hat das etwas damit zu tun, und ich bleibe jetzt mal bei diesem Beispiel der gewünschten Partnerschaft, dass man sich hier eventuell auch gutstellen möchte mit dem Gegenüber. Das heißt, man versucht, auf den Gegenüber einzugehen. Man versucht, seine, ihre Interessen herauszufinden und dann eventuell auch diese Interessen bei sich selbst zu wecken. Nehmen wir an, euer Gegenüber steht auf Formel 1. Nehmen wir mal Formel 1. Ihr habt natürlich keinen Plan von Formel 1. Ihr wisst nicht mal irgendwelche Namen der Fahrer, wisst nicht, welche Teams da unterwegs sind, etc. Was man hier tut, beim Chancen sich erarbeiten wollen, ist sich dort einlesen, sich dort eventuell etwas schlau machen. Ihr müsst jetzt hier kein Experte werden. Aber man möchte hier eventuell ein paar Namen herausfinden oder man eignet sich etwas Hintergrundwissen an, man informiert sich etwas darüber, um den anderen etwas zu imponieren, entgegenzukommen, ein gleiches Interesse eventuell auch zu zeigen, weil das natürlich die Chancen steigert, dass man dem Gegenüber auch gefällt, dass er oder sie an einem selbst interessiert ist. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, liebe Skorpione. Es ist natürlich ein recht allgemein verbreitetes Vorgehen. Allerdings scheint es mir hier doch sehr speziell auf jemanden zu beziehen zu sein, der vielleicht nicht so viele Gemeinsamkeiten wie sein Wunschpartner, wie sein Traumpartner vielleicht sogar hat. Allerdings sich diese versucht anzueignen, indem man hier mit der Ast der Münzen auf die Welt auf dann resultierende Chancen hofft. Man möchte sich hier eventuell wirklich in dem Sinne selbst etwas verändern oder transformieren, wie es der Tod eben sagt, weil man sich dann höhere Chancen bei einem ganz bestimmten Menschen oder in einer ganz bestimmten Situation ausrechnet. Eine Klärung zu den Neuen der Kälchen. Das ist der Ritter der Kälche. Und liebe Skorpione, ich meine, dass das hier eure Energie tatsächlich ist. Das ist die Hofkarte im Wasserzeichen. Ich persönlich sehe euch auch sehr oft tatsächlich im Ritter der Kälche. Das ist hier eine Person, die Gefühle, Emotionen jemandem vermitteln, jemanden überbringen möchte. Teilweise kann es sich auch hier um eine Entschuldigung handeln. Allerdings geht hier keine Streitkarte voraus. Deswegen sehe ich hier keine Entschuldigung drin. Beziehungsweise noch nicht. Mal sehen, was hier unten kommt. Allerdings ist der Ritter der Kälche jemand, vor allem dann, wenn er auf die Neuen Kälche spiegelt, jemand, der auf eigene Bedürfnisse achtet. Genauso wie auf das Erfüllen der Bedürfnisse des Gegenübers. Eine sehr ausgeglichene Person ist das hier. Eine sehr freundliche, zuvorkommende, hilfsbereite Person, die aber stets darauf achtet, dass man selbst nicht zu kurz kommt. Und das hier ist eine sehr ausbalancierte Energie tatsächlich. Liebe Skorpione, ihr seid dafür tatsächlich auch prädestiniert. Es ist eine typische Eigenschaft von euch, es zu versuchen, auch anderen recht zu machen, aber stets darauf zu achten, dass man selbst nicht zu kurz kommt. Das ist typisch dieser Ritter der Kälche und vor allem auf die Neuen Kälche gespiegelt. Man wünscht sich eventuell vom Gegenüber etwas, was man noch nicht bekommen hat. Gleichzeitig versucht man aber auch dem Gegenüber etwas zu gewährleisten, was er oder sie noch nicht bekommen hat. Man ist auf ein Geben und Nehmen aus, auf eine Gleichheit aus und dabei nimmt man auch in Kauf, dass man an sich selbst etwas arbeiten muss, dass man sich selbst vielleicht verändern muss, beziehungsweise auch selbst sich ein bisschen reinhängt. Das ist niemand, der wartet, bis all seine Gefühle hier erwidert werden und dass all seine Bedürfnisse vom Gegenüber erfüllt werden, sondern diese Person ist ebenso darauf aus, dasselbe auch für den Gegenüber zu tun. Man sieht es hier vor allem hier in der Konjunktion und in der Spiegelung zu den jeweils vier der Kälchen sehr, sehr deutlich, dass man diese Kälche hier und hier abgebildet, den Gegenüber gewähren möchte, aber auch vom Gegenüber erwartet. Eine Klärung zu den vier der Kälchen hier oben. Das ist der Pasche der Schwerter. Der Pasche der Schwerterhofkarte im Luftzeichen. Ich sehe hier tatsächlich zwei Menschen, zwei Personen abgebildet, hier eher natürlich auch die Charaktereigenschaft zu nennen, weil diese alle Hofkarten haben bestimmte eigene Charakterzüge. Allerdings sehe ich hier wirklich einen Mensch, der hier den anderen Menschen erreichen will, Gefühle, Emotionen überbringen möchte, vielleicht sich sogar entschuldigen will. Dann hat es hier potenziell mit einem Ablehnungsthema oder einer Enttäuschung zu tun. Aber das ist im Speziellen der Fall. Allerdings ist hier sehr interessant der Pasche der Schwerter. Und der Pasche der Schwerter ist eine abwartende Person, eine passive Person, eventuell schüchtern. Jedenfalls ist das jemand, der nicht wirklich in die Vollen geht, der analytisch ist, schüchtern ist, wie schon gesagt. Vor allem ist aber dieser Mensch auch jemand, der von außen her einen Blick auf die Situation wirft. Wenn ihr eine Menschenansammlung trifft oder in der Stadt seid und da sitzen oder stehen mehrere Menschen in einem Kreis und unterhalten sich. Diese Person ist meistens nicht Teil dieses Kreises. Man kann hier teilweise von einem Außenseiter sprechen. Beziehungsweise ist das eben jemand, der sich von einer sicheren Position aus eine ganz bestimmte Sache anzieht. Man sagt auch häufig, dass es jemand, der beispielsweise auf euer Instagram-Profil schaut oder auf euer Facebook-Profil schaut, das ist jemand, der eventuell sich auch einen Zweitaccount anlegt, weil er nicht wissen soll, also weil der Gegenüber nicht wissen soll von diesem Menschen, dass er oder sie hier das Profil anschaut. Dann macht man sich einen anderen Account und schaut sich so dann die Story an. Ich denke, ihr wisst, was ich meine, liebe Skorpione. So eine Art von Mensch ist das hier. Dieser Mensch ist nicht böswillig. Er hat auch nichts im Schilde. Er führt nichts im Schilde, beziehungsweise hat dieser Mensch auch keine negativen Absichten. Allerdings sehe ich hier eine sehr vorsichtige Person. Teilweise übervorsichtige Person. Page der Schwerter auf Eremit in der Spiegelung eine sehr in sich gekehrte Person. Eine Person, die eventuell etwas wortkarg sein kann. Jemand, der aber tiefgründig ist, beziehungsweise kommt mir hier dieser Mensch auch sehr gebildet vor, tatsächlich. Jemand, der sehr viel weiß, aber nicht unbedingt mit diesem Wissen prallt. Das kann ich mir gut vorstellen. Und da es hier eben nicht das Wasserzeichen ist, sehe ich hier sehr, sehr gut euren Gegenüber drin. Liebe Skorpione, bitte bedenkt aber dennoch, dass die Rollen vertauscht sein können. Und wenn diese Charakterbeschreibung eher auf euch zutrifft, dann seid ihr hier eher verkörpert. Was hier wichtig ist, der Page der Schwerter auf die vier der Kälche geklärt. Das ist jemand, der sehr, sehr vorsichtig, sehr, sehr zaghaft ist. Jemand, den man nicht leicht um den Finger wickeln kann. Jemand, der, ich sage jetzt mal, nicht so auf unantastbar macht als eine Art Spielchen. Ja, so jemand, ja, jemand muss für mich kämpfen. Das ist, das ist nicht dieses Spielchen hier. Das ist jemand, der sehr, sehr vorsichtig ist bei der Auswahl der Menschen, auf die er sich einlässt. Ja, ich hoffe, ich kann das hier adäquat erklären. Und das könnte natürlich, wie schon gesagt, auf euch zutreffen, muss es aber nicht. Der König der Münzen ist hier im Outcome. Der König der Münzenhofkarte im Erdzeichen. Diesen Menschen habe ich hier drin nicht verkörpert. Ich kann mir aber sehr, sehr gut vorstellen, dass dies eine Art Ziel darstellt. Jemand, entweder ihr oder euer Gegenüber, sieht sich als dieser König der Münzen in der Zukunft oder möchte daran arbeiten, so zu werden. Das sehe ich hier sehr, sehr deutlich. König der Münzen, vor allem auch im Trigger mit den drei der Münzen, ist eine verlässliche Person, wohlhabende Person, jemand, der sich finanziell abgesichert hat. Teilweise auch jemand, der den Wohlstand sozusagen als Ziel sich gesetzt hat. Das könnte ein Sparer sein hier, das könnte jemand sein, ein Investor oder jemand vielleicht sogar, der eine ganze Stange gelb erben könnte. Definitiv etwas materialistisch angehaucht, dieser König der Münzen, aber verlässlich, geduldig. Das ist so ein Mensch, auf dem man bauen kann. Und ich kann mir gut vorstellen, dass einer von euch beiden das Ziel hat, sich zu einer solchen Person zu entwickeln, wie ich sie gerade genannt habe. Potenziell deswegen, weil man dann hofft, sozusagen den Gegenüber für sich gewinnen zu können. Das hat aber dann im Umkehrschluss, wenn es so rum resoniert, auch etwas damit zu tun, dass sich hier einer von euch beiden eventuell als nicht würdig für den Gegenüber empfindet. Und das sagt hier tatsächlich auch diese Vierderkirche und die Konjunktion zu den Vierderkirchen. Jemand erachtet sich als nicht würdig oder nicht gut genug für den Wunschpartner oder den Traumpartner eventuell sogar. Das ist natürlich speziell anzusehen. Allerdings sehe ich für viele von euch eine derartige Einstellung, dass man an sich selbst deswegen etwas arbeiten möchte, um einem Gegenüber zu imponieren. Eine Klärung zum Eremit. Das ist die Acht der Schwerter. Man hat hier sehr, sehr viel überlegt, liebe Skorpione. Acht Schwerter auf Eremit, das ist der Zerdenkermodus bei der In-sich-kehr. Jemand hat sich hier sehr, sehr viel Zeit genommen, um sich darüber klar zu werden, wen oder was man möchte. Und ich kann mir hier in dieser ersten Sparte gut vorstellen, dass ihr das wart, liebe Skorpione. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass ihr auf einen solchen Menschen eventuell getroffen seid, vielleicht sogar gewartet habt, bis sich dieser Mensch eventuell für euch im Bestfall oder dann am Schluss für irgendwas entscheidet. Wichtig war aber, dass hier jemand Zeit benötigt hat, und dies nicht zu wenig tatsächlich, weil das ist Zerdenken und das ist In-sich-kehr. Jemand, der sich abschottet, jemand, der sich distanziert, um sich über etwas klar zu werden. Das ist tatsächlich kein Wunder, wenn man es mit einer solchen Energie hier zu tun hat, weil da weiß man nicht, wo einem der Kopf steht, da weiß man aber auch nicht, wo das Herz hin will. Ergo benötigt man hier Zeit. Und das sieht man hier sehr, sehr deutlich, dass da wenig bis gar kein Kontakt herrschen konnte, bis sich einer von euch beiden, möglicherweise vielleicht sogar beide, im Klaren darüber geworden sind, was sie haben möchten, Schrägstrich, welcher Kelch es denn sein darf. Eine Klärung zu den vier der Kelchen. Das ist die hohe Priesterin. Die hohe Priesterin, sehr feinfühlige, sehr sensible Energie, teilweise ein Mensch mit einem Hang zu Dramatik, kann ich mir hier gut vorstellen. Hohe Priesterin auf vier Kelche, das ist jemand, der aber Angst hat. Jemand, der eventuell nicht Angst davor hat, abgelehnt zu werden, sondern Angst davor hat, die Bedürfnisse oder die Anforderungen des Gegenübers nicht zu erfüllen. Und dieser Mensch, der hier abgebildet sein könnte, könntet ihr sein, kann der Gegenüber sein. Definitiv ist das wohl der Sensiblere zwischen euch beiden. Und die hohe Priesterin, auf die sieben der Kelche geklärt, hat tatsächlich eventuell Angst davor, sich falsch entschieden zu haben. Und das ist dann eine grobe Hinterfragung, vor allem, wenn man das hier schon hinter sich hat. Hier muss man sich vorstellen, hat man extrem viel in sich hinter sich bzw. eben durchgeführt. Das kann ein Prozess gewesen sein, der Monate bis Jahre in Anspruch genommen hat, vielleicht auch immer noch andauert. Aber sich dann vielleicht nochmals zu hinterfragen, war meine Wahl richtig? Das rührt potenziell aus einer Angst her. Denn wer so lange überlegt hat und so viel in sich her betrieben hat und Innenschau betrieben hat, sollte sich eigentlich seiner Wahl sicher sein. Allerdings sieht man hier sehr, sehr gut in dieser Sparte, dass man sich nicht hundertprozentig sicher ist, ob man sich für den richtigen Kelch hier entschieden hat, beziehungsweise ob man dem Gegenüber tatsächlich auch sozusagen das Wasser reichen kann, gut genug ist. Beziehungsweise sowas wie, ja, eine Art, ob der Gegenüber überhaupt an einem Interesse hat. So kann man es auch umschreiben. Eine Klärung zum Ast der Münzen. Lerna. Und hier haben wir tatsächlich diese Freiheit. Und vor allem ist die Freiheit hier dargestellt, nicht nur durch die Hauptenergie, sondern vor allem durch diese Spiegelung hier. Ich habe vorhin hier von der Eingeschränktheit oder von der Unfreiheit, vielleicht auch Unterdrückung geredet. Und mit dem Ast der Münzen darauf geklärt, versucht man aus dieser Unterdrückung, aus dieser Unfreiheit, man kann auch sagen, hier diese Blase, in der man sich befindet, aus der möchte man ausbrechen, ergo ein neues Leben, einen neuen Alltag oder ein neues Ich erschaffen. Wenn ihr wisst, was ich meine. Der nah auf die Welt, ganz, ganz eindeutige Sache, denn das hier ist die letzte Karte der großen Arcana und das ist die erste Karte der großen Arcana. Etwas Altes soll zu Ende gehen, etwas Neues soll beginnen. Und ich kann mir dies tatsächlich einhergehend mit einer erwünschten Veränderung entweder am Gegenüber oder an sich selbst tatsächlich erklären. Weiterhin muss das hier natürlich nicht für alle von euch mit einem gewissen Menschen in Zusammenhang stehen, dann aber mit einer gewissen Situation oder Angelegenheit familiärer Natur, finanzieller Natur oder arbeitstechnischer Natur. Definitiv soll hier eine Art Unterdrückung, Unfreiheit oder eben ein Gefühl der Unerfülltheit soll hier enden und darauf wartet man auf Chancen bzw. erarbeitet sich diese Chancen, um dann tatsächlich in die Freiheit zu gehen. Denn er hier spricht von Freiheit, er hier spricht von Freiheit, die Welt spricht von Unfreiheit. Und ich kann mir hier gut vorstellen, dass man metaphorisch gesprochen aus seiner kleinen Welt heraustreten möchte. Man kann auch sagen, das Heraustreten aus der Komfortzone ist hier dargestellt für einen von euch beiden bzw. für euch, wenn das hier nicht für euch mit einem ganz gewissen Menschen in Zusammenhang steht. Eine Klärung zum Ritter der Kirche. Das sind die Zehn der Schwerter. Bei den Zehn der Schwertern handelt es sich um eine zuspitzende, oftmals negative Gedankenlast, die einen hier auf den Schultern lasst. Das ist etwas, was mit Furcht zu tun haben könnte. Befürchtungen, Skepsis, Schwarzmalerei bzw. Pessimismus kann ich hier drin sehr gut erkennen. Viele von euch, liebe Skorpione, haben sich hier für einen ganz bestimmten Weg entschieden. Und zwar konformgehend mit dem inneren Wunsch etwas zu tun. Und da bin ich nochmals hier. Man hat sich hier für eine einzige Wahl bei einer Auswahl von vielen oder vielem entschieden. Und seitdem sozusagen wartet man darauf, dass man hier diesen Kelch jetzt auch tatsächlich nehmen darf bzw. erarbeitet man sich Chancen, damit man an diesen Kelch rankommt. Das ist alles metaphorisch gesprochen. Aber ich hoffe, ihr könnt das auf eure persönliche Situation beziehen, wenn das Reading natürlich für euch resoniert. Allerdings sagt mir hier diese Konjunktion und hier die Spiegelung auf die Erfüllung weiterhin, dass man hier ahnt, vielleicht auch befürchtet, dass man a. die falsche Wahl getroffen hat oder b. seine Wahl, die man getroffen hat, einen nicht in der Art und Weise erfüllt, wie man es sich erhofft hat. Sprich, man hat hier die Befürchtung, dass seine eigenen Hoffnungen, die man in diese Wahl, in diese Entscheidung hineingeworfen hat oder einfließen hat lassen, dass diese nicht gewährleistet und erfüllt werden. Das sieht man hier sehr, sehr deutlich. Ist natürlich sehr speziell auf eure persönliche Situation zu beziehen. Eine Klärung zum Parschen der Schwerter. Das ist die Vierderstäbe. Die Vierderstäbe spricht von Sicherheit, Aufrichtigkeit, ein festes Fundament, eine Basis, auf der man aufbauen kann. Ich habe hier diese Vierderstäbe auf einem Parschen der Schwerter und ich kann mir hier, und ich habe es vorhin, glaube ich, bei diesem Parschen der Schwerter auch so ausgedrückt, ich kann mir hier eine Person vorstellen, die schüchtern ist, zurückhaltend ist, vorsichtig, teilweise übervorsichtig und dieser Parsche der Schwerter, ich halte ihn hier eher für den Gegenüber tatsächlich, der geht noch nicht so ganz in die Vollen, der wagt sich noch nicht nach vorne. Er ist sehr, sehr zaghafte Person, sehr zurückhaltende Person, schüchterne Person. Vor allem hat diese Person aber Angst, etwas falsch zu machen oder etwas zu überstürzen, würde ich jetzt fast behaupten. Diese Person hier hat positive Absichten, ernste Absichten. Also wenn es sich hier liebestechnisch für euch resoniert, liebe Skorpione, dann meine ich, dass diese Person es tatsächlich ernst meint. Das ist nämlich hier die Intention dieser Person. Das ist Festigkeit, Stabilität, Aufrichtigkeit. Hier möchte euch jemand das bieten, was ihr von ihm oder ihr verlangt, beziehungsweise was dieser Mensch glaubt, dass ihr haben möchtet. Und das hat dann hier etwas mit der Sicherheit, mit Schutz, Stabilität möglicherweise, und jetzt bin ich hier auch bei diesem König der Münzen, hat das auch etwas mit einem Grundeinkommen oder eben mit einer finanziellen Absicherung zu tun. Und das kann natürlich im Speziellen auch so angesehen werden. Allerdings sehe ich hier zaghafte Personen. Ich sehe hier jemanden, der definitiv nichts überstürzen wird, der definitiv sich diese Sache hier auch noch länger anschauen könnte, aber auch jemand, der etwas verändern will. Und potenziell wird diese Veränderung an einem selbst sozusagen als Anforderung jemanden anspornen, sich zu verändern. Und diese Anforderung könntet ihr an jemanden stellen oder an euch selbst stellen. Natürlich, da die Rollen vertauscht sein können, kann diese Anforderung auch dieser Mensch an sich selbst stellen. Aber jemand möchte sich hier bewusst verändern, um dem Gegenüber potenziell das bieten zu können, was er oder sie haben möchte. Und die 10 der Münzen ist hier im Outcome. Die 10 der Münzen ist eine der besten drei Outcome-Karten, die man haben kann. Sie sprechen vom Erfolg, finanzieller Basis, stabiler Basis, langfristiger Basis, Vertrauen, Aufrichtigkeitssicherheit, Treue. Auch diese Ideale sind in diesen 10 der Münzen, ich nenne sie gerne die Schnitzelkarte, verkörpert. Drei Münzen, Königmünzen, 10 Münzen. Es geht hier viel um etwas Gewichtiges. Stabilität, vielleicht sogar Finanzen, aber auch natürlich Grundideale wie Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, Treue, Verlässlichkeit. All das ist in Münzen verkörpert. Und das Aste Münzen hier in der Mitte besagt sehr, sehr deutlich, dass hier jemand dem anderen das bieten kann, was er meint, das der Gegenüber haben möchte oder weiß, das der Gegenüber haben möchte. Diese Anforderungen könnten auch tatsächlich kommuniziert worden sein oder es sind lediglich Annahmen. Das kann für viele so, für viele so sein. Ich möchte mir diese drei Karten natürlich im weiterführenden Reading jetzt genauer anschauen und hoffe dann auch noch mehr Details herausfinden zu können, wie das Ganze potenziell weitergeht. Liebe Skorpione, wenn ich hier eine Situation von euch aufgegriffen habe, ihr euch darin wiedererkennt. Ihr sagt, ihr resoniert mit diesem Reading und seid gespannt, wie es weitergeht. Nehmt gerne das weiterführende Reading in Anspruch. Es ist natürlich kein Muss. Der Link unten befindet sich in der Infobox. Gleich der erste ist das. Ich wünsche euch unabhängig von diesem Reading natürlich auch einen schönen März. Bleibt gesund, liebe Skorpione. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns wiedersehen und bis dahin macht es gut.